Das ist also die Festung des Kriegers. Ja, dieser Weg steht uns nun offen. Wenn wir da reingehen, heißt es er oder wir, richtig? Er besitzt etwas von der Essenz des Ortes. Die müssen wir befreien, um Ariman einzuschließen. Dann weicht nicht. Ihr wollt immer noch glauben, der Krieger könnte gerettet werden, aber er hat sich entschieden. Klettern wir auf den Turm. Nicht schlapp machen, es muss sein. Da ist die Kraftplatte. Sie ist aktiv und wartet nur auf uns. Bereit weiterzugehen? Jetzt! Bitte, da darf man oben gehen! Jetzt! Das war's für heute. Auf dich ins Treffengewicht! Wollt ihr noch lauter rufen? Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat. Es ist nicht zu spät. Geht um! Flieh! Euer Kampf ist 10 Sekunden. Ein Mensch gegen einen Gott. Noch ist er nicht entkommen. Ich bin nicht entkommen. Danke! Ich bin nicht entkommen. Ich bin nicht entkommen. Seid frei. Ist er tot? Könnt ihr die Heilung ohne seinen Körper durchführen? Ja! 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 Alles in Ordnung? Ich bin nicht entkommen. Oh, klasse! Jetzt werden doch noch mal. Geilung hat er wohl verletzt! Er wird schwächer! Ihr habt euer Volk gerettet! Ihr schuldet Ariman nichts! Ihr habt eurem Volk verdient! Stärkt ehrenvoll! Verrat! Schuss einen Leid! Geil ist zum Ende der Zeit! Ihr könnt dagegen ankämpfen! Ihr hört nicht auf euch! Stellt eure Ehren wieder her! Benutzt eure Stärken für etwas Ehrenvolles! Ihr seid nicht mehr, wie Ariman was euch machen wollte! Guck! Inferno! Ich rede ich dich! Das war's für mich. Beeilung, hoch! Vergebt mir. Vergebt meine Leute. Man wird euch verzeihen. Arimand! Arimand! Die ist die. Elika! Ich sagte doch, nicht zögern! Er rettete uns. Er wollte uns töten und wir hatten Glück. Strapattiert es nicht noch mehr! Schon gut, hier sind wir sicher. Okay, sicher war vielleicht etwas übertrieben. Er hat uns gerettet. Er wollte uns töten? Und wenn wir hierbleiben, schafft er es. Fertig! Sei doch bitte vorsichtiger. Ich dachte, wir müssten von hier verschwinden. Dann geht's! Ich bin nicht so gefährdet! Achhi, wie auch wir. Hermann! Ich bin nicht so gefährdet. Ich sagte doch, nicht zögern. Er rettete uns. Wir hatten Glück. Er bekämpfte Ariman. Er starb ehrenvoll. Man kann nicht ehrenvoll sterben. Man kann nur sterben. Hätte er Ariman wirklich bekämpfen wollen, hätte er das tun sollen, als er noch lebte. Nicht mehr viel weiter. Haltet durch. Wie viele fruchtbare Gebiete gibt es noch? Warum bleiben wir nicht einfach... ...hier stehen?